So, willkommen in meinem neuen Part Pokémon Pearl. In diesem Part schauen wir uns hier dieses Großmoor an. Ich muss schon mal vorher sagen, ich habe das schon gemacht und zwar habe ich dann allerdings meinen Safe verloren. Und ich zeige es euch am besten mal, was ich da gemacht habe. So, willkommen bei einer neuen Part der Pokémon Pearl. Und heute wir schauen uns an Großmoor von dieser Stadt, wo ich nicht weiß, wie sie heißt. Willkommen im Großmoor. Bist du zum ersten Mal hier? Äh, ja. Sobald du das Großmoor betrittst, stehen dir 30 Safari-Bälle zur Verfügung, um Pokémon zu fangen. Dies ist... Moment, muss man ein bisschen weiter machen, so... Okay. Dies ist die einzige Ballart, die du hier verwenden darfst. Das Safari-Spiel ist vorbei, sobald du deine Safari-Bälle verbraucht oder 500 Schritte gemacht hast. Und wie wird das gemessen? Sind da überall Kameras, die immer die Schritte zählen? Oder wie läuft das so genau ab? Mit dem Abzählen der Schritte. Ich check's nicht. Na ja, gut. Komm und genieße die ungezählte Natur im Großmoor. Gut, aber zunächst schaue ich nach, was hier oben ist. Vielleicht bekommen wir ja ein paar Items. Sag mir, dass ich mir das nicht einbilde. Die Pokémon, die man heute im Großmoor sieht, sind andere als gestern. Hoi. Im Großmoor gibt es eine Eilbahn. Sie bringt dich. Hilfe in das Gebiet hinein. Aha. Siehst du? Sieh durch. Eine ist der Fangbläse, um über das Großmoor zu blicken. So siehst du, welche Pokémon du fangen kannst und wo du sie findest. Ja, machen wir gleich. Als ich auf der Amorfläche lief, bin ich manchmal eingesunken. Ich habe voller Panik versucht, mich wieder zu befreien. Danach konnte ich vor lauter Aufregung gar keine Pokémon mehr fangen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich schon mal vorher sagen in diesem Part. Denn ich muss mich irgendwie wach halten, weil ich diese Nacht gar nicht geschlafen habe. Sondern, ja, ich bin gut 24 Stunden schon fast wach. Also quasi, ähm, die letzte Aufnahme, die ich gemacht habe, die war noch an dem Tag, wo ich diese Aufnahme mache. Was? Ach, man muss da Geld bezahlen. Ach, dann vergiss es. Nee, nicht, nicht. Alles klar, Knospis. Bidifas. Felino. Die findet man hier. Venufli bis. Felino. Alles klirchen. Das passt mir gar nicht in den Kram, dass ich hier was zahlen muss. Scheiß Kapitalisten-Stab. Alle wollen sie Geld von mir. Damit sie es den Griechen schenken können. Naja. Anton, Mariel, Bidica und Moorlord. Und Bidifas. Kein besonders spannenden Pokémon. Ein anderes Pokémon wird vielleicht interessanter, wie zum Beispiel ein legendäres Pokémon, was man nur hier finden kann. Naja, gut, ich werde hier nur ein paar Pokémon fangen. Aber ich werde jetzt nicht großartig versuchen, sie alle einzufangen, sondern ich halte eher Ausschau nach Items, die hier möglicherweise zu finden sind. Okay, hier können wir nicht vorbei. Verdammt, wir sind... Oh, wir kommen ja nicht mehr raus. Gut, wir müssen hier aufpassen. Hier kann man leicht in den Schlamm einsinken. Und dann könnte es auch sein, dass man ein paar Schritte verbraucht, wenn man versucht, aus dem Schlamm hinaus zu... ...geraten. Ah, hier ist ein Item. Genau davon spreche ich. Ein Paraheiler. Gut, ich hoffe, wir finden mehr Items. Gut, ich glaube, wenn ich den Part gemacht habe, mache ich ein langes Nickerchen. Und zwar bis zum nächsten Morgen. Ja, es ist 12 Uhr und ich werde wahrscheinlich dann bis 18 Uhr pennen oder so. Oh Gott, dann habe ich einen total gestörten Rhythmus. Naja, gut, habe ich teilweise sowieso schon. Ich muss es zugeben, ich stehe um... Normalerweise stehe ich immer um 15 Uhr auf und um 6 Uhr gehe ich immer pennen. Ja, wie so ein Arbeitslosenrhythmus halt so ist. Gut, wen du fliegst, möchte ich gerne haben. Ich hoffe, es fliegt nicht. Du bleibst drin. Äh, Feigling. So, äh, komm schon, ich fliege da immer. So, jetzt aber. Gut, nehmen wir mal die Seilbahn, aber schauen wir vielleicht noch nach, was hier zu finden ist. Ach, verdammt, wir haben nur 500 Schritte, wir müssen rationieren. Ich möchte gerne alle Items hier einsammeln. Wo ist hier ein verstecktes? Mein Radar funktioniert nicht. Gibt es vielleicht daran, dass wir im Schlamm sind? Moment. Na, verdammt, wildes Pokémon taucht auf. Was willst du denn, du Nervensäge? Felino, was so Typ. Ach ja, ich erinnere mich noch an meinen Felio aus dem Kristall-Let's Play, das mich damals getrollt hat. Ja? Ich dachte, ich brauche einen Felino. Und dabei, ja, dann suche ich den ganzen Part nach einem Felino. Und erst später habe ich dann bemerkt, dass ich bereits vor ein paar Parts einen Felino gefangen hatte. Und dann habe ich mich tierisch geärgert und 15 Minuten umsonst aufgenommen. Naja. Gut, hier gibt es kein verstecktes Thema. Wir können den anscheinend nur einsetzen, wenn wir gerade nicht im Schlamm versunken sind. Ich werde einfach alle Pokémon mit einem Ball bewerfen, die jetzt gerade auftauchen, auch wenn wir die meisten davon wahrscheinlich nicht brauchen werden. Warum fließt du aus dem Ball? Haben wir noch andere Möglichkeiten? Ich schmeiß mal einen Köder. Ja genau, frisst das. So, jetzt ist es abgelenkt. Jetzt können wir es mit Matsch beschmeißen. Hey, du bist schmutzig. Meryl ist wütend. So, jetzt lässt es sich leichter fangen, da Meryl wütend ist. Das ist Safari-Zone gesetzt. Ist ein Pokémon in einer Safari-Zone wütend oder mit einem Stein beworfen worden, dann lässt es sich leichter fangen. Aber leider ist es dadurch auch wahrscheinlicher, dass es flieht. Gut, ich beschmeiße es nochmal mit Matsch. Ich möchte es ja eigentlich eh nicht so wirklich fangen. Okay, und nochmal. Mensch, Meryl, langsam würde ich weggehen. Ich meine, ich glaube, er lässt sich gerne mit Schlamm einschleimen. Ja, von wegen. Wenn man ein Pokémon mit Schlamm beschmeißt, lässt er sich leichter fangen. Von wegen. Es ist schwerer einzufangen. Probieren wir es nochmal. Einmal, zwei und verdammt. Also das Schlamm bewerfen, das ändert gar nichts an der Fangrate. Probieren wir es nochmal. Also, Meryl ist ganz schön tolerant, was es angeht, wenn man es mit Schlamm beschmeißt. Gut, Ball. Eins, zwei. Dammit. Näh, langsam habe ich keinen Bock mehr, dich zu fangen. Weißt was? Jetzt bin ich der, der flieht. Gut. Stehen hier vielleicht unsere Schritte da irgendwo? Nein, stehen leider nicht. Schade eigentlich. In der ersten Generation und in der dritten, da war es ja so, dass einem die Schritte angezeigt worden sind. Komm mir nicht raus jetzt. Verdammt! Ja, ja, das Großmoor eben. Ein Bedifass. Keine Lust. Immerhin lassen uns alle Pokémon fliehen. Das erspart mir einige Nerven. Was mir allerdings die Nerven wieder raubt, ist, dass wir ständig in den Schleim, äh, ich meine in den Schlamm rein sinken. Ich will nicht kämpfen oder Pokémon fangen. Ich will einfach nur ein paar Items einkrallen, ja. Oder einsacken. Äh, anscheinend gibt es hier nichts. Ich, ähm, schaue noch kurz nach, was hier links zu finden ist und dann benutze ich die Bahn, um, ähm, um zum nächsten, ähm, Sektor zu gelangen. Ich hoffe nur, sie streiken nicht. So. verdammte axt verdammte axt im quadrat ist das eklig ein pokéball super ich laufe ihr durchs gras macht meine schönen schuhe schmutzig nur um einen pokéball einzukassieren super so ist benutze ich aber mal die bahn das muss ich hier wieder durch super so ähm areal 5 man ist es ein kleiner zug na super areal 5 gerade mal ein paar schritte weiter super und dafür kommt extra ein großer zug jetzt reicht es will ich ganz woanders hin areal 1 das müsste jetzt am anderen ende sein ich hoffe wir überfahren kein robert enkel das wäre ziemlich uncool dann ist der ganze linienverkehr stehen geblieben ok wir hatten noch mal glück die tams bist du ein item nein ich bin kein item hahaha opfer dachtest du echt ich sei ein item oh nein er ist ein pokémon ein legendäres pokémon er ist ein märme ich habe eine fantasie ich weiß ich habe eine tm noch mal nicht muss außen rumlaufen ich hoffe die schritte reichen noch dafür aus ich glaube nicht dass die schritte ausreichen wir sind schon viele schritte gelaufen ich glaube nicht dass es ausreichen wird naja vor allem dem wenn wir hier uns ständig aus diesem schlamm raus wir freien müssen mollard lass mich in ruhe oh es wird spannend schaffen wir es noch das item einzukassieren er uns die zeit ausgeht verdammt ich mag diese pokémon nicht veino mollard einfach los pokémon aus der vierten generation sind interessant aber andere eher nicht wie nur fliebes war zum beispiel vorhin ziemlich interessant ach komm schon komm schon die zeit lass die zeit reichen jawoll ein trank ich mache mir so viele sorgen nur wegen einem trank anscheinend gibt es hier keine guten items nur tränke und heil items para heiler oder so aber das ist jetzt eine tm felino du nervst langsam mache ich keine filios mehr das sind die let's play trolle bei mir du hast mich schon mal getrollt in einem let's play in diesem let's play wirst du mich nicht noch mal trollen ein super schutz super lauter items die man sich kaufen kann aber keine tm man es lohnt sich total da rein zu gehen und was ist hier zu finden das ist jetzt aber ein tm ein super ball okay bis jetzt keine tm sondern nur bälle heil items und weiß gott was noch viel zeug ein mary schon wieder mach es gut maryl ein jazuri wäre ziemlich süß ding dong die zeit ist vorbei hat sich total gelohnt na also das war das großmoor wenn ihr ein paar pokémon fangen wollt geht da rein soja da bin ich wieder und wir haben ja das großmoor gemacht ihr habt es ja gesehen warum ich es euch jetzt gezeigt habe er freunde und ich habe es keine lust gehabt es noch mal zu machen und jetzt gehen wir in richtung osten ist das glaube ich ne scheint osten zu sein es hätte ja auch möglicherweise norden sein können nein es ist allerdings osten so was wir jetzt hier im osten versuchen ist ein paar ddr bürger befreien nein ich meine natürlich wir suchen hier nach einem weg wie wir an die enterns vorbei können und ich habe das gefühl dass wir im osten was bekommen werden so jetzt ist es nicht mehr im osten sondern im norden auf in den norden hoffentlich wird es nicht kalt denn im norden wird es also je weiter nördlich man geografisch kommt desto kälter wird es ja es sei denn man ist in südafrika dann wird es natürlich ein bisschen wärmer so und hier werden wir den seeschützen es ist gut zu wissen dass es immer noch menschen gibt die man bewundern kann ich glaube sein name war cyrus okay ah verdammt wildes pokémon auf mich aufzuregen verdammtes wildes pokémon was bist du haha bidifas verdammter hamster entwicklung von hamster meine ich hamster werden zu bieber das ist die logische erklärung der leonard messi der wird auch irgendwann mal zu justin bieber 2.0 ok alter wo kriege ich jetzt hier den trank ich habe im wiki nachgeschaut da steht ich muss hier irgendwo lang aber da ist nichts zerpeise also aufnahmezeit ist 19 uhr 47 also bei mir ja so vor allem war es eine andere uhr zeit da war es so 13 uhr glaube ich so rum ich habe im wiki gelesen dass ich hier etwas gratis bekomme gratis geschenke so mit schleife drumrum aber da gibt es nichts der pokémon hat mich betrogen ich gehe mich beschweren schreibe ich eine hass mail unter poké wiki hotmail.de soll ich noch mal nachschauen aber ich war mir ziemlich sicher dass ich hier was bekommen sehr merkwürdig sehr merkwürdig ich schaue mal nach ob ich hier irgendwas machen muss auch meine schöne unterschrift wunderbar ok wir haben vier orten ja müssten wir noch eigentliches bekommen oder ich check's nicht verwirrung verwirrung kevin ist verwirrt und gleich werde ich mich selbst verletzen hm das ist wirklich seltsam hm warum kriege ich den geheimtrank nicht wieso oh verdammt das habe ich gespoilert ich meine warum kriege ich das item nicht ob das ein geheimtrank wird habe ich nicht gesagt äh eigentlich doch aber äh es ist kein geheimtrank es ist ein item ein geheimtrank ist noch kein item oder vielleicht doch äh mensch ich muss mal schnell ein wiki nachschauen und das überprüfen bis gleich verdammte scheiße ok ich habe jetzt herausgefunden und zwar ähm steht da doch jetzt nicht im kühnheitsufer sondern Route 210 mein gott der wiki der ist so unübersichtlich also gut äh fliegen und Route 210 das ist hier ja genau ich hoffe sie kommt dann auch die was uns das item gibt so jetzt aber wenn ich das item nicht bekomme dann muss ich nochmal nachschauen dann wird das ein ziemlicher verfeilter part glaube ich das item steht im weg die man keine ansteigen sich zu bewegen so wo kommt die jetzt die dumme ähm ich meine die trainerin sie will nicht kommen Alter da steht Route 210 im wiki kühnheitsufer Route 210 am ende ist es die Pokémon Liga ich gehe mich hier beschweren und jetzt ist die freundliche Trainerin Mensch ich muss nochmal nachschauen ok ich habe jetzt sämtliche Foren des Internets nach diesem Geheimtrank äh ich meine nach diesem item durchsucht und alle schreiben es ist am kühnheitsufer aber da ist er nicht wo ist dieses verdammte item kühnheitsufer was für ein Mist ist das denn kann doch nicht irgendeine Beschreibung kommen vom Spiel du musst jetzt so und so lang gehen um den äh ich meine das item zu bekommen ne sowas ist dumm immer dieses hin und her gesuche nach dem nächsten äh wo geht es hier weiter äh was brauche ich ach ja richtig das sind beiden Tots ich brauche da irgendwas dafür damit die weg sind ähm was brauche ich denn dafür ich suche mal durch die ganze ich suche mal die ganze Gegend ab zwei, drei Stunden später oh ich habe das endlich gefunden verdammte Scheiße das war ja genau da im ähm im kühnheitsufer aber da ist nichts so äh verdammt ähm ist die Trainerin in deinem Pool und macht sich einen schönen Tag während ich hier durch die nein so wir sind da kühnheitsufer wo ist jetzt die ähm die billige Trainerin ist die da drin hey du lass mich rein bitte hm die ist da nicht da hier oder sind ihr sie irgendwo sucht nach einer blöden Trainerin mit blonden Haaren mit blonden Haaren und äh schwarzer schwarzes am Outfit warte die ist da nicht wo ist die ich finde sie nicht das ist voll scheiße haben die Entwickler irgendwas rein damit man das nicht auf dem Emulator spielt indem sie keinen keinen Geheimtrank da einbauen oder warum finde ich den nicht verdammt na du nervst geh sterben ich bin hier so verpeilt in diesem Part und Flucht so also wenn ich den Geheimtrank nicht bald bekomme werde ich cheaten um den zu bekommen dann wird es wahrscheinlich wieder einige Beschwerden geben aber scheiß drauf dann werde ich einen Ghost Cheat oder sowas benutzen um an die Anthons vorbeizukommen gibt es bestimmt irgendwo ich cheat mir den Geheimtrank einfach her das Problem ist man hat den ähm ich habe ja schon öfters gescheatet Pokémon ja der Kevin hat öfters gescheatet schon mal ein Pokémon ja ja ich gebe es auch zu ähm da kriegt man nur alle ähm Basis-Items wenn man sich ein Item hercheaten möchte und nicht nur eins alter wo ist die äh wo ist die Trainerin wo ist sie ich muss nochmal suchen nach Antworten im großen weiten Internet so ich glaube ich bin noch nie so tief gesunken in Pokémon das ich äh jetzt was machen musste was ich noch nie gemacht habe in einem Pokémon Let's Play nein ich habe nicht gecheatet sondern ich habe eine Komplettlösung rausgeholt ja ich dachte ich kenne das Spiel gut genug damit ich es ähm ohne Hilfe durchspielen kann aber es geht erscheinend nicht ohne denn ich kriege den Geheimtrank äh ich meine das Item nicht gut also hier steht Kämpfe gegen Erinnerlte von Weilen von Dingens ne wir haben bereits gegen Erinnerlte gekämpft ähm jetzt müssen wir in die Safari Zone um auflockern bekommen von irgend so einem Typen am Eingang anscheinend habe ich da nicht genau nachgeschaut wo äh ich in der Safari Zone war hm warum fliege ich einfach nicht fliegen ist viel bequemer nein das ist das Fahrrad ich will nicht Fahrrad fahren fliegen ist viel cooler ungefähr um 20% so Weideburg so und wo ist der Typ wer ich fände ihn nicht da bin ich echt wütend aber nicht aufs Spiel sondern auf die Entwickler nein rechts vorm Eingang von dem Jungen rechts vorm Eingang rechts vorm Eingang der Typ oder was haha endlich ist das Paket ausschlag jeder angekommen und nun muss ich das zum See bringen das ist eine wichtige Mission Versagen ist nicht erlaubt und keine Umwege zum Beispiel durch das Großmoor du hast gelauscht ich habe übrigens nur mit mir selber gesprochen und wenn du nicht wenn ich nicht so in Eile wäre würden meine Pokémon dir deine Ohren lang ziehen aber ich habe es mehr als eilig daher hast du mehr Glück als Verstand aber Freundchen wage es nicht mir zu folgen kann es sein dass wir Auflockern schon haben ich schaue mal nach stetig muss Auflockern irgendwie bekommen die VM äh 6 ist es glaube ich oder so ich habe keine Ahnung rechts vorm Eingang da ist niemand bis auf dieser Team Galaktik Lappen die Leute haben wir alle schon angesprochen und die sind auch nicht rechts vorm Eingang sondern äh oben im Erdgeschoss in der Safari Zone ist das denn in der Safari Zone äh sorry wie gesagt dass ich hier ein bisschen verplant bin in diesem Part ich muss ähm das ist hier so ein Knackpunkt in diesem Spiel wo ich mich null auskenne da steht nirgends wo Safari Zone wo ist die Safari Zone das müsste auch irgendwie nur Safari Zone sein oder? ach egal komm die Auflockern holen wir uns später wenn wir sie brauchen so jetzt habe ich keinen Nerv mehr jetzt möchte ich hier weiterspielen aha da bist du ja also wir müssen jetzt den Typen hier verfolgen oh du bist letztlich wie eine Fliege wenn unser Plan gelingt stehen wir kurz davor dass sich der der Traum vom Boss erfüllt die ideale Welt wird ähm von der er träumt wird dann Realität daher werde ich mit Sicherheit jetzt nicht meine kostbare Zeit mit dir verschwenden und sage daher und daher sage ich dir bleib wo du bist und folge mir nicht äh was oh ne was willst du denn booms die booms ich werde nicht mehr zurückhaltend sein also wie geht es dir Kevin trainierst du wohl deine Pokemon ne dann werde ich dich und deine Pokemon mal testen wie stark seid ihr wirklich halt dich vor vollgraden Typen von Team Galactic er ist fast weg und dann vollst du mich heraus schönen Dank du Arsch er ist auf der Seite von Team Galactic wegen ihm geht noch die Welt unter nicht einmal das ganze Universum wird wegen diesem Scheiß-Kampfwitz schuldige mir leid untergehen na komm mach mir den Lappen schnell fertig der ist eh nur nicht wahr bald so alles klar ah schöner Hintergrund so in Lila ich mag Lila weiß kennt eine meiner Lieblingsfarben heute mach ich Lila nicht mehr so aber so ein ja so ein violettes schwarzes Design einer eines Schlachtfeldes finde ich schon ziemlich schön wir haben jetzt auch 20 Uhr inzwischen also jetzt es müsste es eigentlich Nacht sein ach nee das ist gemein warum setzt du Ponytas ein das ist immer gemein immer diese Ponytas ich kann die nicht töten und ich kann sie nur sehr schwer töten man ich fände das Spiel 20% cooler wenn weniger Ponytas auftauchen würden die ich töten muss Lufstrahl aber mit Liebe so ganz sanft ja so das war nicht tödlich sondern fast tödlich das war nur krankenhausreif genau und reicht es zum Level ab Level 32 sehr gut so ein Starter Scheldscher rein gerade war ich ganz kurz verwirrt weil mein Pegel gerade nicht zu sehen war und ich habe mich ganz kurz auf Sturm geschaltet da kann gerade was wohl nicht drüber naja gut egal Hallo Dinosaurier ich werde dich aussterben lassen so und zwar mit Euras so das muss Monitkill sein unser Pokémon ist voll entwickelt und seins nur einmal okay was kommt als nächstes Spummelin what does the fox say ähm Frau Löwe lächerlich dass er jetzt noch keinen Beulindin hat naja ich weiß ähm leider nicht wann sich Barmylin entwickelt aber ich glaube mit Level 25 müsste es schon längst entwickelt sein vermute ich mal ok das war's und jetzt nehmen wir die Verfolgung wieder auf und über 34 für Frau Löwe sehr gut was du willst mir was man dass ich verloren habe ja hey yeah vielleicht bist du bist du seit unserem letzten Kampf tatsächlich etwas stärker geworden damit hätte ich nicht gerechnet ja genau deswegen habe ich verloren ich war zu leichtsinnig sag mal was ist eigentlich mit dem komischen Typen von Team Galactic los ich weiß ja nicht was er vor hat aber ich würde an deiner Stelle weiterverfolgen und beobachten äh wenn man kein Pokémon ist aber so schnell rennt und hastet dann gehört man bestimmt nicht zu den Guten also gut Kevin man sieht sich ja er nimmt also auch die Verfolgung auf und jetzt hat er einen kleinen Vorsprung vor uns äh naja kein wildes Pokémon danke ich könnte mein Fahrrad benutzen ich meine der Team Galactic-Fuzzi der läuft zu Fuß und wir benutzen unser Fahrrad da müssen wir eigentlich schneller sein und ihn da müssen wir ihn auch eigentlich wieder einholen können ah da bist du ja wir benötigen die Energie die im Windkraftwerk erzeugt wird um das hier herzustellen man muss schon ein wissenschaftliches Genie sein um so etwas entwickeln zu können und da unser Boss dies entwickelt hat ist er ein wissenschaftliches Genie du hast gelauscht ich habe nur laut gedacht du bist anhänglicher als kleinste was anhänglich anhänglicher als kleinst kleister ach so kleister oh Gott und ich habe es satt immer vor dir wegzulaufen aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwinden nur um dir eine Lektion zu erteilen ja ja Reno weiter weg boah wie flinkt er ist ich meine er ist nur ein paar kurze Schritte jetzt aber gelaufen und es ist ja schon über alle Berge und ich bin auf dem Fahrrad unterwegs ah da bist du ja ha hab dich so jetzt stelle ich mich dir in den Weg damit du nicht mehr fliegen kannst warum renne ich überhaupt in einem solchen Affentempo das neue Universum von dem Boss sprach ich bekomme richtig Gänsehaut wenn ich nur daran denke also verschwenden wir dies hier äh verwenden wir das hier ah du hast spitze Ohr angemacht und mich belauscht du bist so nervtötend hartnäckig ich bin total kaputt vom Rennen und ich werde dir nicht ich werde nicht gegen dich antreten ah du Feigling okay ja jetzt haben wir ihn gleich da bist du ja ah nein bist du mir immer noch auf den Fersen der See ist in Sicht du lässt mir keine andere Wahl meine Pokémon werden es dir zeigen endlich will er kämpfen das wurde aber auch Zeit machen wir den Lappen schnell fertig ein Pokémon wie süß ah ja Charmian bei jedem Charmian gegen das wir kämpfen erinnere ich euch daran dass wir dieses Pokémon brauchen werden später für unser Team wie wir es allerdings nicht ins Team nehmen werden okay Funken Sprung Charmian kann man soweit ich weiß in der 4. Generation nur in der Perle Edition fangen kann auch sein dass ich mich irre ich bin mir da nicht so sicher aber in Diamant kann man keine Charmians fangen so das war's wäre ich nicht davon gelaufen ich hätte was ah verdammt so schnell kann ich nicht lesen ich kann nicht mehr kämpfen ich pfeife aus dem letzten Loch ich muss dies dem Commander bringen ich wünschte ich könnte es am See einsetzen na jetzt rennt er nicht mehr er ist so erschöpft jetzt muss er nur noch laufen das ist lustig okay oh wer bist du denn oh hallo wir haben uns ja lange nicht gesehen ach ja stimmt du bist Cynthia wie geht es mit deinem Pokédex voran ich bin hier weil ich mir den See ansehen will um den sich eine alte Volkssage rankt aber der See scheint für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein kennst du die Volkssage sie berichtet dass in der Mitte des Sees eine Insel sein soll und im Inneren der Höhle soll sich eine Illusion eines Pokermans befinden niemand darf diese Höhle also niemand darf also diese Höhle des Pokermans betreten aber ich muss dich was fragen das nicht zum Thema gehört hast du die Horde von Anton auf der Route 210 gesehen? ja ja genau hinter diesem Café an der Route 210 du hast die Gruppe Anton gesehen? die sich ihre Köpfe halten? wie dem auch sei gib den Anton diese Medizin du arbeitest an deinen Pokédex da wird es sich für dich lohnen endlich haben wir den Geheimtank erhalten ich hätte nicht gedacht dass es so umständlich ist ich habe nicht erwartet dass man vorher noch gegen den Typen da ansprechen muss diesen Team Galactic 4C naja gut jetzt haben wir den Geheimtank und wir können die Antons beseitigen als ich jünger war bin ich auch mit einem Pokédex auf Abenteuerreise gegangen ich hoffe du wirst jede Art Pokémon die es gibt wirklich sehen können vielleicht schaffst du es ja dann das Illusions Pokémon zu entdecken ich muss los man sieht sich was für ein Giraffe also gut jetzt schaue ich nach ob ich die Auflockern irgendwie bekommen kann die Auflockerung vor allem denn die werden wir brauchen ansonsten haben wir Probleme nach Elisus zu kommen in der Platine Edition bekommt man Auflockern in diesem Turm soweit ich weiß in diesem Geisterturm die Beschreibung sagt dass er am Eingang der Safari Zone ist soll ich vielleicht das Safari Spiel starten und ne oder vielleicht doch na komm mir bleiben keine andere Option mehr das kostet mich jetzt zwar 500 Poké Dollar aber ich habe keine andere Wahl so okay ähm gleich rechts ist das ein Junge ich habe das während des Safari Spiels gefunden das ist die versteckte Maschine Auflockern aber keines meiner Pokémon kann sie lernen daher würde ich es mich freuen wenn du sie nehmen würdest ah ja ok gut hat uns jetzt zwar 500 Poké Dollar gekostet aber äh ja gut jetzt haben wir alles was wir brauchen um nach Elisus zu kommen wir haben den Geheimtrank wir haben jetzt Auflockern ähm haben wir denn ein Pokémon das Auflockern beherrscht wir könnten unserem Kampfweichen Auflockern beibringen also meistens können Flug Pokémon auflockern lernen ähm ich möchte jetzt aber mein Kampfweichen nicht Auflockern beibringen weil die Attacke relativ schwach ist ich bringe sie daher einem ja einem anderen Pokémon bei haben wir denn noch ein anderes Pokémon zur Verfügung ich glaube Makohita müsste Auflockern beherrschen ähm aber wir haben kein Makohita lustig wär's wenn wir eins hätten ähm verdammt ich muss mir wohl einen Flug Pokémon fangen was Auflockern beherrscht naja gut mach ich das in diesem Part auch noch ja dieser Part ist ein bisschen verplant geb ich zu aber der nächste Part der wird wieder storytechnisch weitergehen ähm dieser Part war eine ja der Part der war eine kleine ähm Schnittstelle sag ich mal für ähm den nächsten Part weil ich die Spiele nicht so besonders kenne hat es ein bisschen länger gedauert so jetzt fangen wir uns einen Vogelpokémon ein starre Lille oder ein starre Ravier kein fetter Justin Bieber weg damit na oder ich hau einfach ab wer ist wirklich Justin Bieber würde ich ihn jetzt mit Hyperstrahl angreifen und noch einen Donner in Kombination mit Regen tanzen hinterher hauen naja na anscheinend ist es hier das einzige Grasfeld da oben na verdammt setz mich hier rein in dieses Loch so komm schon Schnappervia jawoll perfekt ein Pokémon das Auflockern beherrscht jetzt muss ich es nur noch einfangen ich darf es leider nicht töten und das ist schwierig denn meine Pokémon sind ziemlich überlevelt teilweise im Vergleich zu die wilden Pokémon ich muss es also mit schwachen Attacken angreifen damit es fangbar ist und nicht gekillt wird oder ich benutze mein Haspy Rock es ist aber sehr riskant denn Haspy Rock hat mal Level 10 ach ich probier's mal gut ich glaube es zieht die Hälfte ab ja fast die Hälfte ähm Pfund ach verdammt das wird Haspy Rock nicht überleben na ok doch so wie viel zieht der Pfund ab ja fast gar nichts und Ausdauer haha er überlebt sehr gut 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 dass ich Ausdauer benutzt habe und jetzt greif an mit Zeisschneider okay es war unnötig dass ich Ausdauer benutzt habe das hat das ganze mir in die Länge gezogen verdammt also gut ähm ich benutze ach was weiß Peter's Dome hat nicht so einen hohen Angriff gut äh bitte nicht töten ja ja dass der Gegner schnell ist war zu erwarten nicht killen ich ziehe dir Gehalt ab verdammtes Peter's Dome warum musstest du dieses Pokémon töten soll ich ein paar starre Lilies auf Route 1 fangen oder Route 201 was auch immer ich glaube das ist deutlich einfacher als so einen fetten Brocken zu fangen ich glaube ich flieg mal zurück nach ähm hier ist die Stadt Wurzleim nein Wurzleim nicht Zweibladdorf Wurzleim ist die Stadtstadt der dritten Generation mein Gott ich bin hier verplant in diesem Let's Play aber ich kenne das Spiel nicht so besonders gut das ist die Generation was ich am wenigsten kenne neben der sechsten Generation allgemein sonst kenne ich äh jede Pokémon Generation ziemlich gut bis auf die sechste und die vierte so jetzt hat bitte ein starre Lilie ich frage ja ich glaube schon dass sie hier nachts starre Lilies auftauchen jawohl gut und jetzt benutze ich einen starken Ball damit es sofort drin ist und werde ich noch mehr Zeit verschwenden mit irgendwelchen unnötigen Sachen so Beutel so ich benutze meinen stärksten Ball den Überball das müsste eigentlich dun sein auch wenn es volle Leben hat es hat nur Level 3 Alter was denn los dieser Part ist eine Parodie auf ein Let's Play Part okay nochmal dieses Mal bleibst du aber drin es ist ein Hyper Ball respektiere ihn danke gut jetzt bringe ich mein Pokémon auflockern bei und dann können wir nach Elysis reisen oh mein Pokémon mein Haspelora müsste ich auch mal wieder heilen wir werden es zwar nicht im Kampf einsetzen auch Frau Löwe hat ein bisschen Damage bekommen und das mag ich nicht so zurück nach Trostio ich werde Haspelora in die Box laden dann wird es auch gleich geheilt auch wenn ich sowieso jetzt meine Pokémon heilen werde also von daher macht es eigentlich keinen Unterschied ob ich Haspelora oder was anderes in die Box lege wobei ich glaube ich nehme Mahalo in die Box rein denn es kann ja sein dass es hier ein paar Zerschneiderbüsche gibt auf dieser Route und die möchte ich noch zerschneiden ohne wieder zurück ins Pokémon-Sender zu laufen um meinen Haspelora wieder mitnehmen zu müssen ah verdammt Team Pokémon dann Mahalo ähm Tausch Zack Zack gut Zack boah ist das umständlich mit meiner Tastatur wenn jeder Tastendruck zwei Sekunden verzögert ist Pokémon heilen so das ist sehr mühselig wie Sex okay äh das habe ich jetzt nicht gesagt verdammt warum habe ich die noch mal angesprochen verdammt was tut mir jetzt Professor Albe dazwischen funken jetzt ähm hier auflockern einsetzen so stacher Lizzie Warte du kannst auflockern ah ja stimmt er macht mit seinen ja er hat Flügel das macht Sinn so Pinguine sind ja auch Vögel und ähm ja und so ne haben ja auch Flügel und deswegen können sie mit ihren Flügeln wehen und dadurch auflockern benutzen so Fahrrad zurück zu den Antons so und hier mache ich Ende ich kontrolliere noch meine Pokémon Frau Löwe erster Stelle ja gut habe ich mit der Warteloo entwickeln lassen oder vielleicht auch eher Petersdom Petersdom wird sich glaube ich entwickeln bald Warteloo erst ein bisschen später Tausch so gut dieser Part war ein bisschen verplant gebe ich zu aber im nächsten Part werden wir nach Elysis gehen und hoffentlich die VM3 Surfer bekommen also bis zum nächsten Part macht's gut euer Jan K.P ciao Tja 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 Vielen Dank.